Spiele nicht! Spiele nicht! Spiele nicht! Spiele nicht! Machst du eins? Ja, aber ich spiele eins, weiß ich. Okay. Spiele nicht! Ach so! Mit dem Anstrengen muss ich gut! Mit dem Anstrengen muss ich gut! Spiele nicht! Spiele nicht! Spiele nicht! Spiele nicht! Spiele nicht! Spiele nicht! Ich würde dich mal auswählen, was? Ja, ich würde dich mal auswählen. Das war ein Dreieck. Das war ein Dreieck. Das war ein Dreieck. Das war ein Dreieck. Wenn ich schießen ... Oder? Eins. Eine Zauberung. Das war ein Dreieck. Das war ein Dreieck. Ich bin ein Dreieck. Das ist ein Dreieck, das ist ein Dreieck. Das Problem ist, ich komme nur am Freitag oder Samstagspielen, da habe ich nicht viel gefühlt. Die Leute sind alle in der Kurve und dann war das halt perfekt. Der war stark, Herr Fierke. Der war stark, Herr Fierke. Da hat man damit nichts zu tun, auf welcher Seite man spielt. Siehst du? Vielleicht war das der Trick. Dann kommt die Lamine auf der Vorhandein und dann, wenn du darauf ankommst. Dann den einen, ja. Ein ganz großer Typ. Das ist unmöglich, Herr Fierke. Oh, stark. Der ist unmöglich, komm. Schwätzig. Jo, komm, jetzt mach's. Hover. Das war ein Netzaufschlag. Video zurückspielen war ein Netzaufschlag, oder nicht? Oder ist er nicht so schlecht? Oder ist er nicht so schlecht? Das war das. Na ja, das war ein bisschen viel Risiko. Wie sieht die? Sterne, die sind bei 5er Satz. 11, 11? 10. 5. Auszeit auch noch hier. Das war's. Sehr gut. 3 zu 2, 14 zu 12 für Michael Vierde und in Schwaberheim.